yes kann man an diesen gorgon augen vielleicht die spielzeit ablesen weil noch einmal gorgon augen finden fünf stück denn das ist der folge der platz der ist voll dann ich glaube das geht sowieso nicht so lange das spiel vielleicht fünf stunden oder sechs stunden vielleicht auch wenn ich auf schwer wollte ich schon sagen auf normal zocken kisten her damit schon man merkt schon das ist ein sehr ruhiger abschnitt gerade hier gucken vielleicht finden wir hier sogar noch eine fehler das wäre es jetzt eigentlich tatsächlich ja eine fehle noch dann haben wir wieder mehr energie was auch ganz gut ist weil dieser ich weiß jetzt nicht wie das teil heißt aber dieser feuer typ feuer faust typ oder das ist ganz gut eigentlich der angriff komm schon gut jetzt sind wir dort wo das vorhin verschlossen war da 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 Ey, warte, ich nehm 15 Minuten schon auf So schnell geht das Ich muss sagen, irgendwie macht das Das macht irgendwie Bock Ist gerade ein bisschen ruhig, aber ist okay Gehört auch dazu Kann ja auch nicht die ganze Zeit Action sein Ich hoffe, es macht euch auch genauso Bock Denn wenn es so läuft, wie ich mir das erhoffe, haben wir ja nur drei Titel vor uns Mit dem ersten, zweiten und Ghost of Sparta Wer bist du denn? Gott, wer bist du denn? Wow Pisse, Alter, was denkst du dir? Meinst du, ich bin Anfänger? Ja, ich bin ein Anfänger Ich bin ausgewichen, aber irgendwie scheiße Oh, scheiße Die Kamera will gerade nicht so, wie ich das will Ja, irgendwie ist die Kamera gerade nicht so vorteilhaft für mich Stress Stress Stress, oder was? Nimm mal die Magie-Energie, also Kann man das hier Mana nennen? Ich weiß nicht Nennen wir es einfach Mana, ist doch egal Ich bin mir gerade ja so, wie wir das soinstalliert haben Ich bin ein Anfänger, also geht es so, wie es das so ist, dass ich mich da war Kratos betrat die Höhle und Eos, Göttin der Morgenröte und Schwester des Helios, saß dort. Offensichtlich geschwächt, weil ihr das Sonnenlicht fehlte. Ehre sei Zeus, dass er dich unversehrt zu mir geführt hat. Der König der Götter hilft mir nicht, Eos. Für Zeus und den Olymp bin ich nur ein Sklave. Rette meinen Bruder, dann bringt er Zeus dazu, dich von deinen Pflichten und Albträumen zu befreien. Du hast mein Wort. Die Götter haben ihr Wort schon zu oft gebrochen. Vergib mir, wenn ich dein Versprechen keinen Glauben schenken kann. Das liegt ganz bei dir, Kratos. Das Urfeuer ist fast erloschen. Ohne Helios ist das lebensspendende Licht der Welt für immer verloren. Wenn du ihn nicht findest, erwartet uns nichts als Dunkelheit und Tod. Wohin hat Atlas ihn gebracht? Ich weiß es nicht, Kratos. Folge dem Weg aus der Höhle. Hol dir das Feuer. Es führt dich zu den noch übrigen Rossen. Sie werden dich zu ihrem Herrn bringen. Zu meinem geliebten Bruder. Mögest du so schnell sein wie Hermes, Geist Spatas. Warum die da jetzt oberkörperfrei rumsitzen, weiß der geil aber warum. Egal. Stört uns nicht, oder? Pixel-Titten sind doch geil. Ähm Hallo Was ist los hier? Wobei Wobei Hier Wolfen Anders Junge was ist los mit dir? Was soll das werden? Oh was geht mit der Mucke gerade ab? Häftig Das Urfeuer, die Höhlen des Olymp-Bergen, das Feuer, das alle anderen hervorbrachte, das Urfeuer, das vor langer Zeit vom Titan Prometheus gestohlen und zu den Menschen gebracht wurde Dies ist die Quelle von Helios Kraft Speichern Ja, bitte speichern Neuen Speicherstand Helios Reflexion Um feindliches Geschoss abzuwehren unmittelbar vor Aufprall der Geschosse L1 antippen Ok Was passiert jetzt hier? Ups Aha Jetzt bist du links bestimmt dran Scheiße Zu spät Komm schon, Pussy Zack Und weg mit dir Mongrote bla 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 Zielen mit der Mongrote Ok Wow Easy Geil So, jetzt haben wir sogar Sachen, womit wir schießen können Das ist geil Auch geil Auch geil Perfekt Ja, perfekt Passt doch genau Jetzt brauchen wir sowas Ich sage, einmal nur beides finden Also fünf Stück jeweils Nein, das ist schon voll Das ist echt schon voll Alles Schauen wir mal nochmal hier drüben Rein mit dir Nicht raus Okay, hier ist nichts mehr, oder? Nein Also wir kommen ganz gut voran, würde ich sagen, oder? Also Beide dich, Kratos zu zack zu zu Zack zu zack zu zack zu zack zack zu